Wir sind hier heute in Dulzberg, das ist auch der Stadtteil, in dem ich lebe, und machen eine mobile Kleiderausgabe. Magst du dir einfach mal mit an die Damen-Ständer ran denken? Hier kann jeder herkommen, der nicht über große finanzielle Mittel verfügt und sich Bekleidung aussuchen, die ihm gefällt. Das Ganze machen wir ganz niedrigschwellig, wir erwarten von niemandem einen Bescheid oder sonst irgendwas. Wir möchten nur von jedem, der geht, eine Unterschrift, dass er die Sachen nicht weiterverkauft, sondern dass es wirklich für den Eigenbedarf ist. Wir sind jetzt das dritte Mal hier in Dulzberg. Wir wollten gerne eine feste Anlaufstelle auch haben im Stadtteil, damit sich das etabliert und einfach mehr Menschen von dieser Möglichkeit wissen und dann auch zu den mobilen Ausgaben kommen. Wenn du uns aktiv unterstützen möchtest, freuen wir uns über jeden, der vorbeikommt. Jeder ist herzlich willkommen und ob jung, ob alt. Wir sind ein ganz bunt gemischter, fröhlicher Haufen und freuen uns immer über neue Mitstreiter. Einfach machen!